Das war laut! Stell dir das vor, Colorado. Ist der besterngelten, der Colorado? Nein, das passt ja nicht. Hallo. Okay. Ah, du Große. Du guckst ein bisschen sorgenvoll in die Welt. Man sieht, er guckt wirklich so ein bisschen sorgenvoll. Auch wenn sich die Hand zu den Kopf nähert. Er ist einfach ein ängstlicher Typ, glaube ich. Das kann man ganz gut am Augenaufschlagern. Der ist ein bisschen schön. Wie sieht das, ne? Der ist auch so gut.